Ich will da oben rein, wie soll das gehen? Muss ich sein wie Mohammed, oder oder kann je, kann die Zeichen nicht sehen. Kann kein einziges Gebet, finde einfach keine Ruhe. Doch jeder weiß, Stuhl ist belegt, bin jetzt 30. Meine Angst zeiratet Wein, Brüder und Schwester. Ich denke schon mal, das Weibwasser kalt. Die Welt zu beendern, alles liegt in meiner Gewalt. Stellt das Weibwasser kalt. Ich bin immer meine Pfeifen dabei. Ich sehe die ganzen Emos auf der Suche nach Sinn. Doch ich weiß, ich bin für was Gutes bestimmt. In den Goldgräbern ist auch genug für mich drin. Mein neues Haus sieht aus wie der Lupe vorhin. Panti, Panti, weht und mecker, wir feiern ins nächste Jahr. So, dann schließen wir dir Silvester. Wow, das ist mal andermal, ne? Berge. Die Alpen sind das. Das sind die Alpen. Ehrlich? Ehrlich. Das wären die Anden. Gell? Wir sind in Peru jetzt hier. Die haben aber keine Autobahn. Woher weißt du das? Weißt du, was Peru ist? Ja, ein Land. Sehr, sehr. Und du meinst, da gibt es keine Autos? Schlau, das ist schnell. Schlau, das ist schnell. Schlau, das ist ein Autofahrer. Es ist voll am Ende Grosch, oder? Mal was auch. Ich will ja nichts Falsches sagen. Oh mein Gott, dieser Himmel, wie komm ich da bloß rein? Oh mein Gott, dieser Himmel, wo zur Hölle soll der sein? Oh mein Gott, dieser Himmel, wie komm ich da bloß rein? Egal, ich liege mir nah, 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 ich liege mir nah. Sehr krass. Wenn du sagst, dass es viele Baustellen gab für die letzten vier Jahre. Ja, mein ich ja. Da kannst du jeden Monat akkulisieren. Die Hefarer-Froere-Froere-Froere-Froere-Froere-Vroere-Froere-Froere-Froere-Froere-Froere-Froere-Froere-Froere-Froere-Froere. So. Oh. Was ist es? Der Fuhrrange oder so? Geil. Guckt euch das mal an, Leute. Iw! Was die Hofer für Naturwärmutter gemacht hat. Wow. Was ist denn so? Was ist denn so? Sieht doch geil aus! Was ist denn so? Es ist gut, wenn man eine Zeitrufe hat. Und? Hätte ich gewusst, dass es so lange dauert bis zum nächsten Klo, hätte ich bei dem Ding es gehalten. Aber wir sind da. Es ist mir egal, ob das die kleine... Die kleine... Kein Ring. Ich atme ständig durch den Mund, das ist Teil meines Lebens. Ich fühl mich unbewusst und brauch was reines dagegen. Ich habe einen dicken Kopf, ich muss einen Saft haben. Ich habe einen dringlichen Bock, auch backt als Backbar. Da ist es warm, da nehm ich mich meinen Träumen. Hört mein Fatima, der süßen Backbar. Und? Ja. 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 Ja.